Das nächste Stückchen, das ich spiele, ist eine Komposition von Carlo Brunner. Und zwar hat er das geschrieben für Roni Scheiber aus Kalifornien. Das ist der Mann auf dem Bild hier. Ist sehr flotter. Wir waren zweimal bei ihm schon in den Ferien in Kalifornien. Und dort hat er um Carlo Stücke geschrieben. Das heisst, der Roni spielt zügig. Und er war ja das letzte Jahr in der Schweiz. Da haben wir mit ihm eine Platte gemacht. Und dort habe ich das Stückchen mit den Handorgeln aufgenommen. Und das spiele ich jetzt. Musik Sollte Musik 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 Musik